Willkommen zurück. Für einen Neotransmutant, du hast du eine wunderbare Qualität als Krieger gezeigt. Der Cephalon will wissen, dass du es empfiehlt. Wir werden dir einen Blick auf dich behalten. Wer weiß, vielleicht werden wir sogar jemanden brauchen. Nein, ich glaube nicht. Das ist nicht mein Typ. Das ist Stellarbox mit der News. Und neue Nachrichten. A Vandal war heute in der dunklen Anonymität der Juna Nebula zwischen ein Genite Specialtasks Unit und ein independently operating Jag-Baron Splinter Group. An unspecified number of Jag-Baron ships wurden destroyed, along with a replica of a Hyperspace Chapel and a Titanker that is rumored to be the Halida, which disappeared two months ago inside the chapel. The Jag-Baron reprogrammed the kidnapped androids to become suicide bombers, which would explain the recent wave of kidnappings of expensive Class A and B androids. Unfortunately, the majority of the androids were also destroyed when the chapel was destroyed. One of the few survivors was a cleric from the chapel Apokatomir Triamon. The androids' memories are being analyzed by Geni specialists. Information has recently reached us that there was an apparent assassination attempt on the Thai President Celeste above Myrna. According to a government spokesperson, all official duties will be assumed until further notice by Ambassador Miraboy. Her first action as interim president was to call off the elections and have both opposing candidates arrested, so any involvement in the assassination could be investigated. Well, it looks like our aquatic enemies at the other end of the galaxy just have to lean back and watch as we destroy ourselves. This is Lavina 22 for Stellarvox Veridex. Aquatischen Feinde. Das Teil hat aquatisch gesagt. Komisch, dass hier die Androiden anscheinend irgendwie auf Glauben abfahren und Kleriker werden. Obwohl das ja eigentlich nur Maschinen sind. Gut, denn was ist erstmal mit meinem Let's Pay Part? Ich hoffe, ich habe nicht so stark wieder abgefailed. Hey, wir kriegen sogar was Geiles von der Mission. Ich muss nur noch wissen, wie ich diese komischen Teile einsetzen kann. Dann mache ich mich demnächst aber auch mal schlau. Sieht man schriftlich übelst genial aus. Wundervoll. Und dann werde ich mal schauen, was man in den neuen Sektor so alles erkunden kann. Machen wir ja erstmal was das von mir. Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Tschüss. Es ist 20.56 Uhr. Das Video ist noch nicht zu Ende. Ist es jetzt zu Ende? Nein, noch nicht. Jetzt? Nein. Aber jetzt. Tschüss. 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 Tschüss.